Was ist? Show-V. Gut, nochmal das Ganze, was wir gerade gemacht haben. Oder gestern? Fragezeichen? Das muss mein Vorgehen ja gerade nicht erklären, oder? Ich finde es relativ offensichtlich. Was ist das? Nicht ausblenden, ich muss doch hin, das Tor. Die Leute da auch befreien, ihnen helfen und so weiter. Das haut doch alle um. So, jetzt bin ich erstmal geschwächt, weil ich nur noch die Hälfte meiner Energie habe. Bärenkraft einsetzen, blöde Idee. Boah, Alter! Was ist denn dein Problem? Ihr kämpft euch zurück zum Haupttor. Zurückziehen, Männer! Zurück! Scheiß Rechner, ey. Der Denk hat sie uns stehen. Ja, darf ich vielleicht sehen, was mich gerade angreift, bevor ich es mich angreife? Wahrscheinlich nicht, weil es hier... Ah ja, genau. Oh, es ist wieder der gleiche Scheiß. Es ist immer der gleiche Scheiß. Hallo. Hallo. Dürfte ich vielleicht mal da hoch? Oh, ihr seid so kacke seid ihr! Du Scheißspiel! Ernsthaft? Ich hätte da so unten angegriffen, anstatt mal hochzufliegen, was ich eigentlich locker können sollte. Und werde dann oben erschossen, während ich zwei... Ja, ist... Äh, warum nicht, ne? Warum nicht? Habe ich Augen hinterm Kopf, oder was? Hör auf zu laden, ey. Es ist die gleiche Scheiß-Stage-App. Es war derselbe Scheiß. Ja, ja. Fick dich, du Wichser! Oh, bring ihn doch einfach um! Ja, ja. Ich muss das... Ach, ich muss das... Ach, ich muss das... Ich muss das... Ja! Du sollst da runter. Ja, ich wollte eigentlich da runter. Ja, doch. Ist mir gerade scheiße. Sie wurden desynchronisiert. Wieso? Weil mich auf einmal alle im Visier haben, ne? Ich verstehe aber nicht, warum ich hier noch helfen muss, wenn keiner mehr die Rotröcke abknallt. Weil dann könnten die endlich die Blauen abknallen, während alle auf mich ziehen. Aber so weit denkt hier keiner. Oh. Ja, ich renne doch schon weg. Was soll ich denn noch machen, hä? Ja, doch. Wie fehlt das Tor? Ja, doch. Okay, das Tor ist gar nicht offen, verstehe. Könnte mir mal jemand hier gerade wieder mal irgendwie die Zeit zum Atmen? Nein, warum auch? Ich soll also irgendwie 50 von denen erledigen. Irgendwie. Wo ich nur zweimal Bärenkraft einsetzen kann, bevor ich tot bin. Ist klar, ist klar, ist klar, ist klar, ist klar, ist alles logisch, alles logisch. Ja, doch, sehe ich ein. Ganz cool. Super Prinzip. Das ist Level-Design. Oh, macht Gegenspieler, macht immer Spaß. Vor allem Ladescreens, die ewig dauern, machen immer Spaß. Vor allem dich töd ich bald, du scheiß Ladescreen. Ja, kommt alle her. Kommt alle her. So, jetzt renne ich drei Stunden im Kreis, bis das wieder einsetzen darf. Komm mal. Rotlöckchen, könnt ihr mal irgendwas machen? Oder muss ich hier alles alleine, ich muss alles alleine machen, warum auch nicht? Regeneriere dich Energie. 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 Natürlich, drei fehlen noch. Drei verfickte Fehler. Ja, ist das was? Wölfen. Komm, einer noch, einer noch, einer noch. Tötet ihn. Danke. So, und jetzt? Renne ich weiter im Kreis. Sag mal, Leute. Wie soll ich denn das machen hier, hä? Ja, genau. Arschlöcher. Ewig im Kreis gerannt, bis man mal ein beschissenes Ding wieder aufgetaut ist und dann, ja. Also nur noch zu Jefferson rennen und nur noch versuchen, Jefferson zu beschützen. Was anderes brauche ich ja nicht mehr machen. Gebt mir mal ein klares Ziel. Ein verficktes, klares Ziel. Tore zur Pyramide zerstören. Wie denn? Wie? Wie? Schön, das ist was ich vorher zweimal versucht habe. Jetzt funktioniert es auf einmal, oder wie? Okay, wir haben es reduziert auf einen Eingang. Ähm, hallo? Einer ist noch offen. Laden. Laden. Was soll diese Störung? Eure Hoheit. Ein Teil der Bevölkerung greift die Pyramide an. Das Volk greift mich an? Ich bin das Volk. Ja, mein Herr. Ich bin das Volk. Dann schlitzel ich selber auf. Ich habe mich dem Kampf um die Freiheit gewidmet. Sehen Sie das nicht? Ich habe ihnen mein ganzes Leben geopfert. Ich besiegte die Briten. Ich gab ihnen Freiheit. Ich! Und trotzdem rebellieren sie. Das ist Wahnsinn! Ihr seid unser Hirte. Ihr seid unser Hirte. Und wir weit sind. Du hast doch genau das gleiche damals gemacht mit deinem König. Nun regt niemand ihn auf, du Penner. Karma nennt man das. Boah, dieser schwarze Ladebalken hier wird noch zu meinem Todfeind. Von daher ich weiß, wie die letzte Aufnahme ausgefallen ist. Wo auf einmal so ewig so ein Ladebalken war. Da mache ich mir jetzt schon wieder Gedanken, wie das dann wohl aussehen wird in der Aufnahme am Ende. So. Das wäre das. Jetzt den Rest. Andersrum, andersrum, andersrum. Töte doch mal irgendjemanden und hör auf, hier nur rumzulaufen. Und du bist ein Berserker. Du müsstest die eigentlich so locker weghauen können. So bin ich dann da und locker von Berserkern weggehauen werde. Wo ist Jefferson? Da ist Jefferson. Oh, ja genau. Ja genau, ja genau. 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 Das muss ich hier alles alleine machen. Was ist das Tor denn noch? Ach, das Tor hier noch. Ja, warte mal kurz, bis meine Bärenkraft wieder aufgeladen ist. Boah, ernsthaft? Ihr kämmt doch gegen den einen Penner hier? Alter, du desynchronisierst mich jetzt nicht, stirb! Ja, wenn du mir die Möglichkeit gibst, wieder Bärenkraft einzusetzen, werde ich liebend gerne das Tor zerstören. Lang lebe ich das Volk. Meine Männer sind gerentet. Wir müssen uns aufteilen und in der Stadt untertauern. Wer bist du? Radon, dann geht an. War mir ein Vergnügen. Wir treffen uns später und landen an weitere Schritte. Ich bin Batman. Du musst aufpassen, wie oft ich den Adler einsetze und für was. Oh, lass doch mal den Klubberche los und lauf einfach mal in die Freiheit. Ich bin dran. Ja, ich bin ein Vergnügen. Ich bin beendet. Ich bin ein Vergnügen. Wie ist er? Ich bin mir aber nicht. Ich bin aber nie. Aber es wird auch eigentlich sein. Ich bin kein Lverberche. Ich bin aber nicht. Ich bin dein Vorsprach. Untertitelung des ZDF, 2020